So, nun schauen wir uns weitere ZFC-Axiome an. In diesem Video Unendlichkeit, Fundierung, Aussonderung und Ersetzung. Was du dafür wissen solltest, ist erstmal, was Axiome im Allgemeinen sind, wofür braucht man sie in der Mengenlehre und was kann man damit machen. Zur Erinnerung nochmal, hier ist die Liste aller ZFC-Axiome. Wir haben uns die ersten fünf Axiome im letzten Video schon angeschaut. In diesem Video schauen wir uns jetzt Unendlichkeit, Fundierung, Aussonderung und Ersetzung an. Also diese vier. Dann legen wir direkt los. Was ist das Unendlichkeits-Axiom? Wir hatten ja schon mal ein Axiom, das Axiom über die leere Menge, was besagt, dass eine Menge existiert. Dieses Axiom ist so ähnlich, nur dass es uns jetzt sagt, es gibt eine unendliche Menge. Das kann man formal so hinschreiben, es gibt eine Menge M mit folgenden Eigenschaften. Die leere Menge ist aus M und wenn A aus M ist, dann ist auch A vereinigt, die eine Menge A aus M. Darum sagt es, dass es eine unendliche Menge gibt. Was hat diese Menge M für eine Eigenschaft? Also die leere Menge ist da drin. Dann können wir das einfach induktiv so weitermachen. Dann ist da drin die leere Menge vereinigt. Ich schreibe es vielleicht mal hier drüber. Die leere Menge vereinigt mit der Menge, mit der leeren Menge. Denn das hier ist genau das gleiche, als wenn man einfach nur die Menge mit der leeren Menge hinschreibt. Weil die leere Menge vereinigt, das tut nicht viel. Jetzt können wir uns im nächsten Schritt uns anschauen. Da bekommen wir die Menge mit der leeren Menge. Ich schreibe es lieber hier oben drüber, dann kann man es besser sehen. Also im nächsten Schritt die Menge mit der leeren Menge vereinigt mit der Menge mit der leeren Menge. So. Was ist das? Das ist einfach die Menge, da ist drin die leere Menge und die Menge mit der leeren Menge. Ja, also die kennen wir schon so ein bisschen aus dem letzten Video. Im nächsten Schritt können wir das wieder anschauen. Also wir schauen uns wieder an, diese Menge. Die Menge mit der leeren Menge und der Menge mit der leeren Menge. Vereinigt mit dem gleichen, wo wir nochmal Mengenklammern rumschreiben. Nochmal zu. Was ist das? Wir ziehen aber die Elemente zusammen. Also das ist die leere Menge, die Menge mit der leeren Menge und die Menge mit der leeren Menge und der Menge mit der leeren Menge. Und so weiter. Also in jedem Schritt bekommen wir eigentlich ein Element mehr. Hier haben wir null Elemente. Da haben wir ein Element. Diese Menge hat schon zwei Elemente. Diese Menge hier hat drei Elemente. Also eins, zwei, drei. Und so weiter. Das heißt, wenn wir das bis zum Ende quasi in die Unendlichkeit durchführen, hat diese Menge M unendlich viele Elemente. Für jede natürliche Zahl gibt es ein passendes Element, was genauso viele Elemente hat. Das heißt, dieses Axiom sagt tatsächlich, dass es eine unendliche Menge gibt. Okay, das nächste Axiom sagt uns ja auch wieder ein bisschen was über die Struktur von Mengen aus. Also das Fondierungsaxiom sagt, wenn M eine nicht leere Menge ist, dann gibt es ein Element. A aus M, sodass A geschnitten M die leere Menge ist. Was heißt das? Was wollen wir damit sagen? Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass es sagt, dass es keine unendlichen Abstand in Ketten bezüglich der Elementordnung gibt. Warum ist das so? Also, zum Beispiel, wenn das nicht der Fall ist, also angenommen, das ist nicht der Fall, das heißt, wir haben unsere Menge M und da ist, sagen wir, die Menge A drin und meinetwegen noch weitere Mengen und A geschnitten M ist jetzt nicht die leere Menge, sondern da ist wieder, sagen wir, einfach nur ein Element X drin. Dann wissen wir sozusagen, X ist ein Element von A und A ist ein Element von M. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen schon eine Kette bezüglich diesem Element sein der Länge 3. Wenn jetzt für das X das wieder gilt, dass es da so ein Element gibt, sodass A geschnittenen X nicht leer ist, dann bekommen wir wieder hier so ein Element, nehmen wir jetzt einfach mal X1 und dann bekommen wir hier wieder so ein Element X2 und so weiter. Wir bekommen hier so eine unendlich absteigende Kette, das heißt, es ist am Ende gar nicht mehr klar, wo diese Kette überhaupt aufhört. Und sowas, das wollen wir nicht haben. Dann kann man schwer verstehen, wie diese Mengen fungieren und wie man damit zu handhaben hat. Das heißt, dieses Fundierungsaxom sagt uns anschaulich aus, dass solche unendlichen absteigenden Ketten mit diesem Elementsymbol nicht existieren. Okay, das nächste Axiom ist wieder ein bisschen einfacher zu verstehen. Das sagt wieder aus, wie wir Mengen bilden können, aber in diesem Fall, wie wir eine neue Teilmenge finden. Also wenn M eine Menge ist und Phi eine Formel, dann ist auch die Menge aller X aus M, so dass Phi von X gilt, eine Menge. Das heißt, wir können sozusagen, ich mal vielleicht erst mal im Bild, wir haben unsere Menge M, die hat ganz viele Elemente hier, ja, das können unendlich viele sein, müssen aber nicht und jetzt haben wir irgendwie so eine Eigenschaft, unsere Formel Phi und ich sag mal, Phi gilt für dieses Element, für dieses, für dieses und für dieses und vielleicht noch für das. Dann können wir eine Menge bilden, das ist eine Teilmenge von M und die hat genau diese Elemente, das, 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 das und das und das ist dann einfach die Menge aller X aus M, so dass Phi von X gilt. und das Axiom sagt uns, das ist auch wieder eine Menge. Beispiele, wir können uns anschauen, einfach die Menge aller N aus den natürlichen Zahlen, so dass N gerade ist oder die Menge aller N aus den natürlichen Zahlen, so dass N eine Primzahl ist. und all diese Dinge sind wieder im Engen. Das heißt, dieses Axiom, das benutzen wir schon ganz natürlich, ja, also ich meine, jeder von euch hat bestimmt sowas schon mal hingeschrieben, wir haben es von den anderen Videos schon mal gesehen und das Axiom sagt uns genau, dass das funktioniert. Also all diese Dinge, die wir so hinschreiben können, sind Mengen. Ganz wichtig hier einfach nochmal, dass man daran denkt, dass wir immer hier irgendwie ein Element brauchen, aus dem wir das aussagen, und als hier sagen wir alle N aus den natürlichen Zahlen, weil ansonsten kommen wir ganz schnell wieder in dieses Paradoxon, dass wir sagen alle R, so dass R nicht aus R ist. Das ist hier ausgeschlossen, weil wir eben sagen, okay, wir müssen davon ausgehen, dass wir mit irgendeiner Menge starten. Das ist genau der springende Punkt. Okay. Noch ein Axiom, das Ersetzungsaxiom, das bildet auch neue Mengen und zwar sozusagen immer die Bildmenge einer Funktion. Also sei M eine Menge und 4 eine formulierende Funktion, beschreibt. Was meine ich damit? Das heißt, wenn wir Phi von A, B haben und Phi von A, B', dann folgt, dass B gleich B' ist. Also wir haben sozusagen irgendwie unsere Menge M, die hat ganz viele Elemente und jetzt schauen wir uns sozusagen einfach an, wenn das hier das A ist, dann ist das B und sozusagen Phi beschreibt diese Funktion, die A auf B abbildet und es kann halt nicht sein, dass wir hier noch irgendwie so ein B' haben, sodass gleichzeitig Phi das A auf B' abbildet. Also wenn wir so ein Bild haben, dann ist immer schon B gleich B'. Das heißt, das ist tatsächlich die Eigenschaft, die man braucht, um eine Funktion zu beschreiben. Was sagt das Ersetzungsaktion jetzt? Das sagt, dass das Bild dieser Funktion wieder eine Menge ist. Also die Menge aller B, malen wir die vielleicht auch einfach in grün dazu, also die Menge aller B, sodass es irgendwie ein A gibt aus M, sodass Phi von A, B gilt, zum Beispiel dieses hier, das ist eine Menge. Das heißt, wir haben jetzt hier für dieses Element ein Bild, wir haben für dieses Element ein Bild und so weiter und so fort. Sagen wir mal, wir bilden das jetzt so ab, so. Das heißt, dieses hier ist immer diese Funktion Phi. Dann ist das hier vorne unsere Menge aller B, sodass es gibt ein A aus M mit Phi, A, B und das ist wieder eine Menge. Was kann man damit zum Beispiel bauen? Starten wir einfach mal mit den natürlichen Zahlen und schauen wir uns die Funktion an, f von N ist gleich 2N, also für natürliche Zahlen N. Dann schauen wir uns einfach an, die Menge aller M, sodass es gibt ein N aus den natürlichen Zahlen, sodass f von N gleich M ist. Was macht diese Funktion? Denken wir einfach mal kurz drüber nach. f von N ist ja einfach 2N, das heißt, M sind einfach die geraden Zahlen. Also das sind einfach alle, das können wir genauso schreiben, die Menge aller M, sodass M ist eine Schlüchelzahl, M ist gerade. Und das Ersetzungsaxiom liefert uns jetzt, dass das wieder eine Menge ist. Also für dieses Beispiel kann man sowohl das Aussonderungs- als auch das Ersetzungsaxiom benutzen, um zu bekommen, dass das hier vorne eine Menge ist. Aber es gibt weitere Beispiele, bei denen man das zum Beispiel nicht so einfach mit dem Aussonderungsaxiom sehen kann. Aber wir merken uns einfach, die Bildmenge einer Funktion ist immer wieder eine Menge. Okay, fassen wir zusammen, was haben wir in diesem Video gelernt? Wir haben uns weitere ZFC-Axome angeschaut, das sind Endlichkeitsaxiom, Fundierung, Aussonderung und Ersetzung. Im nächsten Video schauen wir uns uns das letzte übrig gebliebene ZFC-Axome an, das ist das Auswahlaxiom. Das ist das Auswahlaxiom.